Die Tandem-BTL engagiert sich für die soziale Zukunft unserer Stadt. Über 500 MitarbeiterInnen in ganz Berlin unterstützen und begleiten Kinder, Jugendliche und Familien, sowohl Menschen mit als auch ohne Behinderung. Elisa liebt ihre Sauna. Hier kann sie sich so richtig entspannen. Aber wenn sie sich auf die Seite dreht, dann tut es ganz schön weh. Ursache für die Schmerzen ist die etwas zu harte Matratze in ihrem Bett. Egal wie sie sich dreht, sie fühlt sich nie so richtig wohl. Natürlich war sie dann heilfroh, bei Matratzenschutz24 den Kaltschaumtopper zu finden. Er passt sich in jeder Schlafposition für ein optimales Liegegefühl an die Körperkonturen an. Der Begriff Hackathon ist eine Kombination aus Hacken und Marathon. Natürlich läuft man dabei nicht mit einem Rechner durch die Gegend und versucht, andere Rechner zu kapern. Vielmehr treffen sich Gleichgesinnte, um gemeinsam innerhalb einer bestimmten Zeit neue digitale Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Hast du schon mal deine Superkraft gewechselt? Nächstes Jahr kommt Mona in die Schule. Da will sie genauso gut sehen können wie die anderen Kinder. Denn mit einem schwachen Auge ist das Lesen und Schreiben lernen kein Kinderspiel. Leon ist mit der Schule fertig und sucht einen Ausbildungsplatz. Handwerk hat goldenen Boden, sagen seine Kumpels. Denn Handwerker sind begehrt wie nie zuvor. Bei Marotzke, den Malern für Berlin und Brandenburg gibt es genau den coolen Job, den Leon sucht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017